was geht fahrt wieder am start und zunächst an boxen video rieber freunde heute habe ich das album von unserem bruder petro lombardi lombardi limited deluxe edition und dieses paar exemplar ja ja back jawohl die wunderschöne deluxe box petros erste deluxe box müsste das sein wenn ich mich nicht täusche heute auch mal nicht rap album das präsentiere er pop schlager wie auch immer das bezeichnet ist ich sage einfach musik ich präsentiere hier musik und ich wollte gar nicht diese wunderschöne box für mich behalten deswegen habe ich mir gedacht so heute packen wir die wunderschöne deluxe box mal aus und schauen gemeinsam was hier abgeht was petro in eine box reingepackt hat und schnacken darüber bisschen okay ob die qualität super ist wer fehlt du weißt ganz genau wer fehlt das ist der butterfly für arme etzer schnibbet zersägt sich jede box jawohl wir packen das aus und schauen mal rein so freunde seid ihr irgendjemand oder ich weiß es ja nicht petro fan feierst petro lombardi seine musik kennst du seine karriere ne schreib mal gerne in die kommentare ja ich bin größter petro fan korrekt hast du diese box gepräsentiert hast vielleicht kaufe ich mir die auch ich weiß es nicht ich werde es in die video beschreibung verlinken kannst du unterstützen den petro lombardi hat es verdient meiner meinung nach und seine musik ist stabil manche kennt man ja senorita und so weiter hat man ja gepumpt im sommer letzten jahres oder was vorletzte irgendwie auf jeden fall irgendeinen zeitraum hat man es ja gefeiert und heute hat er seine erste deluxe box den ich in den händen halte und euch präsentiere stabile box ist auch leicht du musst es so geben aber was mir auffällt lombardi in so eine goldschrift das finde ich stabil oder der hat geschmack naja packen wir die box maus ok pass auf wie eine präsentation ich zeige euch alles einzeln ja aber das lege ich mal hier hin sieht man das noch in der kamera so ein bisschen reingeschissen so lombardi an der seite ok wir zeigen euch alles einzeln so fangen wir mit der keppi an freunde das ist nicht irgendeine keppi ich glaube sogar auf dem cover ne wo ist das bild hier pass auf ich glaube sogar eine anlehnung an petro lombardi's keppi der ist ja auch so keppi liebhaber wie ich ihr wisst ich trage immer gerne keppis und er auch ebenfalls muss sagen ja stabil sieht super aus farbe ist jetzt geschmackssache für die damen könnte pink hier raus stechen ins auge stechen könnte man sagen oder wohin stechen aber ich muss sagen vom style her es gefällt mir die sehr ja von innen auch wunderschön guck mal ich zeige euch das mal das auge ist ja mit hier steht einmal lombardi universal da steht da ist 1992 sehr geboren wahrscheinlich stand und ja das im blauen stich er gehalten und ja keine ahnung was euch noch erzählen hier die verarbeitung ist eigentlich super muss zugeben doch hier steht auch lombardi also petro lombardi mäßig die anfangs buchstaben hier die naht ist super und die welche natürlich mal aufsetzen für euch ne sogar hier ist so ein etikett oder was auch immer wie es nennen möchtest nicht dass es original bedeutet ja ne wow original meine haare sind reingeschissen achte nicht darauf aber jetzt wird die gepimpt mit petro lombardi mückchen so ok für meinen dicken schädel bisschen zu klein da kann man hier sogar mit klettverschluss nicht klettverschluss oder wie dem anders doch keine ahnung auf jeden fall kann man seine größe einstellen vielleicht hast du dickere schädel schädel wie ich weißt du dann stellst du es in eine andere größe ein so ja kann man nehmen so dann ziehst du so an okay ist vielleicht ein bisschen reingeschissen damit aber egal wir lassen dran auf jeden fall stabil kann man nehmen schöne käppi kann man auch so rumtragen wenn du sagst ich trage die kappe lieber so trägst einfach so weißt du auch bei mir sieht das reingeschissen aus aber egal auf jeden fall du weißt bescheid schönes ding kann man nehmen so ich lass das jetzt an so ok komm mal nehmen wirst du diese süße junge boy schreib mich an an die damen unter euch 0 185 mehr will ich jetzt nicht spoilern naja weiter geht's wir haben eine autogrammkarte petros autogrammkarte hoffentlich selber unterschrieben man sieht auf jeden fall dass das mit edding selber also nicht gedruckt sondern wirklich unterschrieben wurde ob das jetzt petro war oder nicht da kann man die kommentare schreiben was ihr denkt ich glaube aber er doch er hat selber unterschrieben dankeschön mein bruder vielen dank weiter geht's das war noch nicht alles was sagt denn das sind die echten fern tattoo sind tattoos und das ist von petro lombardi ist echt nachgetreu haben die es auf papier geklatscht seine eigenen tat so was auf seinen eigenen körper hat hat man hier als drei teile hingeklatscht also wenn du wirklich einen petro lombardi sein möchtest dann kannst du das hier nutzen auf den körper klatschen dann hast du die originalen tattoos was er selber auf seinem körper hat auf deinem eigenen körper wow wow nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht und als guter letzt oder nee ist es noch zwei sachen nee da ist das album nee das war's das album freunde die letzte box in halt das album sein meisterwerk ja szenerit hat er auch hier drauf geklatscht ok letztens kam mir kämpfer herz raus drake und rihanna kam ich glaube noch ein zwei es tut mir schon wieder weh jetzt kam auch und bruno songs haben wir drauf aber ich zeige euch das mal was auch hoffentlich sieht man das ansonsten drückt gerne pause warte mit den spiegelungen bisschen reingeschissen aber ok ja ist aber schön wirklich schön das ist noch mal da rein geklatscht auch wenn das bisschen ältere songs sind egal kann man nehmen noch mal rein ziehen oh was das denn oh merch hier zehn prozent rabatt auf nacken von petro und die hatte seine club shows aber ich glaube die werden eh verschoben wegen aktueller situation im moment aber trotzdem könnt ihr mal abchecken und ja das war noch nicht alles wir haben einen dicken booklet moment moment nee das ist kein booklet das ist ein poster hui das hat der poster reingeklatscht und mit äh booklet also booklet style pass auf hier haben wir einen poster nochmal Petro Lombardi stabil an die damen du weißt über die decke hängen dann gib ihm Lotti Karotti Woppa und auf der anderen Seite die Lyrics also vom Album ne hier nochmal ok ich geh mal ein bisschen näher vielleicht sieht man das nicht aber falls du die Box selber erworben hast dann kannst du sie in Ruhe reinziehen ok ich küsse deine Valensetische ok oder hier deine Flamingos hier war doch ein Flamingo genau hier der ich küsse den da naja schreib eure Meinung in die Kommentare wie findest du Petro Lombardi seine Musik seine Art seine Person ne auf jeden Fall da kannst du dich nochmal in die Kommentare äußern was ich hier nur schade finde leider keine Instrumental CD weil die Beats sind ja schon stabil ne die hätte man gerne auch pumpen wollen deswegen finde ich das nur mager ansonsten trotzdem super Box ne kann man sich nicht beschweren ne Petro Lombardis Mützchen oder Käppi seine Autogrammkarte äh Autogrammkarte sag ich schon pass auf die Autogrammkarte und dann seine Sticker also nicht Sticker sondern hier sag mal Tattoo ne sogar seine Handgetreuten also so fast in dem seinen Körper das ist schon stabil hat schon ein bisschen emotionale ne Situation gerade naja auf jeden Fall das alles in der Box kauft ihr die heute zuschlagen für dich im Angebot 3,8 und bummsig dein Spaß kostet ein bisschen mehr aber egal kannst hier reinziehen auf jeden Fall ansonsten ne verpasst das nicht unterstützt sie nimm seinen Rabattcode auf 10% auf den Nacken dann kannst du auch noch sein Merch abchecken ok ich danke mich ganz herzlich an jeden Zuschauer der gerade am gestisselt war euer Fatih checkt das ab Petro Lombardi mit Lombardi Outnow Arriba 2,5 3,2 5,5 5,5